Warum würden gerade jetzt so viele Menschen FPÖ wählen? Das und noch viel mehr haben wir in unserer Thema-des-Tages-Folge vom 19. September gefragt. Die Antwort darauf von Standard-Kolumnist Hans Rauscher hören Sie in diesem Ausschnitt. Die ganze Folge Thema des Tages gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Die extrem guten Umfragewerte für beide Parteien hast du schon erwähnt. Warum eigentlich gerade jetzt? Also woran liegt dieser enorme Zuspruch, den AfD wie FPÖ gerade bekommen? Sie haben Themenkonjunktur. Wir leben in einer Zeit tiefer Verunsicherung. Erstmals seit Jahrzehnten führt eine Großmacht in Europa Krieg. Wir haben gehabt in den 90er Jahren die jugoslawischen Bürgerkriege, aber das waren Kriege untereinander. Aber eine wirkliche Großmacht, eine Atommacht führt Krieg in Europa. Das macht Angst. Verunsicherung Nummer zwei, die Pandemie. Plötzlich eine Seuche, von der relativ viele sagen, das ist ohnehin gar nicht so arg und das ist alles übertrieben. Die aber staatliche Maßnahmen ausgelöst haben, die von vielen als Anführungszeichen diktatorisch betrachtet wurden. Ich muss dazu sagen, wir, also auch Journalisten, haben das unterschätzt. Die Leute haben den Sinn von Lockdowns und den Sinn von einer Impfpflicht, die sowieso keine war, nicht erkennen wollen und erkennen können und haben das als Übergriff des Staates empfunden. Eine weitere schwere Verunsicherung ist natürlich die Zuwanderung. Braucht man nicht viele Worte verlieren. Wenn man im Fernsehen sieht, hunderte von jungen Männern aus Afrika, die da im Boot daherkommen, denkt sich auch ein Liberaler. Was sollen diese völlig unausgebildeten jungen Männer ohne Frauen, für deren nicht vorhandene Ausbildung und Geschicklichkeit ja kein Bedarf da ist? Es gibt schon genug Erntehelfer in Spanien und in Italien. Was sollen die bei uns? Was machen wir mit denen? Das ist ein legitimes Gefühl vor dem Hintergrund der schon länger zurückliegenden Zuwanderung, also in Österreich hauptsächlich aus der Türkei und aus Ex-Jugoslawien. Das ist gleichfalls eine Verunsicherung, die aber jetzt sehr stark akut geworden ist. Und zuletzt, dass sich eben auch in Gefolge von all dem die Wirtschaft eingetrübt hat, dass die Teuerung steigt und vor allem die Regierenden machen einen hilflosen Eindruck. Meine persönliche Überzeugung ist, dass von den 32 Prozent, die die FPÖ hat, mindestens 15 Prozent sagen, sie würden die FPÖ wählen, weil sie das Gefühl haben, dass die Regierung die Sache nicht im Griff hat. Zusammengefasst, es gibt eine Themenkonjunktur, es gibt unglaublich viele Themen, die die Menschen verunsichern, die sich fragen, was wird aus unseren Kindern? Und gleichzeitig Hilflosigkeit der Regierenden. Das hilft diesen Parteien. Wer sind denn diese Menschen? Wen sprechen die Freiheitlichen da an? Bisher war das so, es waren überwiegend schlecht Ausgebildete und oben drüber so eine dünne Schicht an Akademikern, die schlagenden Burschenschaften. Das war die Führungsschicht. Das ändert sich, wenn man den jüngsten Untersuchungen glauben kann, und ich glaube, das kann man, die Freiheitlichen Gewinner bei den Frauen dazu, dringen auch in die Mitte, in den Mittelstand vor. Das hat alles mit dieser Verunsicherung und mit der mangelnden Kompetenz der Regierenden zu tun. Sehr viele Leute sagen, ich gebe einen Denkzettel ab. Dieser Denkzettel ist aber nicht das Alleinige. Man kann das nicht darauf reduzieren. Es gibt in jedem Land, aber in Österreich ganz besonders, 10 bis 15 Prozent, die ganz weit rechts bis rechtsradikal denken, undemokratisch sind. Und die fühlen sich natürlich von der FPÖ und aber auch von der AfD voll abgeholt. Dazu kommen aber auch jene, die sagen, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, ich habe Angst um meine soziale Sicherheit. Letzte Meldung heute. Ein Mangel an Medikamenten, Antibiotika, Diabetesmittel. Da muss sich doch jeder fragen, wie gibt es so etwas in einem reichen Land, dass plötzlich die Dinge, die ein sehr beträchtlicher Teil der Bevölkerung dringend braucht, dass die plötzlich knapp werden. Und schuld ist dann der Globalismus und weil diese Fabriken alle aus Kostengründen in Asien stehen. Aber es erzeugt jedenfalls eine Reaktion. Die Leute stellen sich die Frage, verflucht noch einmal, was ist los? Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem? Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Und warum wird alles immer teurer? Ich bin Tobias Holup. Und ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Und die Standard-Redaktion liefert Antworten. Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.